Herzlich willkommen zu neuen Zuversicht-Gedanken aus Karlsruhe-Knielingen. Schön, dass ihr dabei seid. Es sind die ersten im Jahr 2022 und so wünsche ich euch von ganzem Herzen Gottes Segen und alles erdenklich Gute. Was wohl drin liegt in diesem Jahr, das wissen wir nicht, aber umso dankbarer bin ich, dass ich weiß, es gibt einen, der es weiß und der geht mit uns, der lebendige Gott. Ich hatte wirklich geplant, heute was über die neue Jahreslosung zu machen, aber in diesen Zuversicht-Gedanken geht es ja immer auch darum, was ich gerade so geistlich erlebe oder was mich bewegt und in der zurückliegenden Woche war das nun ausgerechnet die alte Jahreslosung von 2021. An Silvester wollte ich über diesen Satz von Jesus aus Lukas 6 nochmal predigen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und ich wollte das so auf einen Jahresrückblick beziehen. Silvester kam näher und ich habe gemerkt, wie ich innerlich immer destruktiver geworden bin. Mir sind so manche Gedanken und Äußerungen eingefallen, die überhaupt nicht barmherzig waren, vor allem im Blick auf die Corona-Verantwortlichen. In mir ist ziemlich viel Frust hochgekommen über dieses Jahr, das so viel Kraft gekostet hat, wo wir es so geplant haben und dann wieder absagen mussten und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust auf Jahresrückblick und Predigen. Das Wunder kam dann beim Durchblättern meines Kalenders. Woche für Woche, Monat für Monat bin ich nochmal durch das Jahr 2021 gegangen und habe rausgeschrieben, was alles war. Klar, da war der Lockdown am Anfang des Jahres, da waren Absagen vieler Veranstaltungen und vieles davon hat wehgetan, vor allem, dass zum Beispiel keine Konfi-Freizeit sein konnte oder was da mit den Kindern, mit den Familien und mit den Jugendlichen passiert ist. Aber es war eben auch noch was anderes. Da war zum Beispiel unser Alpha-Online-Kurs zum Beispiel. Von Februar bis Mai haben wir diesen Glaubenskurs durchgeführt, ein kleines Studio im Gemeindezentrum aufgebaut, andere Gemeinden mit einbezogen und knapp 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei, viele davon die ganze Zeit. Ein Satz von Niki Gamble, dem Initiator der Alpha-Kurse in London, ist bei uns zum geflügelten Wort geworden. Der Heilige Geist lässt sich auch durch Zoom nicht verwirren. Oder die Gottesdienste. 2021 konnten alle Gottesdienste stattfinden und viele waren richtig schöne, bewegende Gottesdienste. Es ist mir bewusst geworden, dass ganz viele in diesem Jahr in unserer Gemeinde mitgemacht haben, ihre Gaben entdeckt und eingebracht haben. Angefangen bei der Musik über dem Blumenschmuck bis zur Kreativität der Leute, die beim anderen Gottesdienst mitwirken. Unser Technikteam ist richtig stark geworden. Wir haben von der Evangelischen Kirche in Deutschland Fördermittel dafür bekommen und die Jugendlichen unserer Technikgruppe haben den hier in Karlsruhe renommierten Heinz-Kappes-Preis gewonnen. Das waren echt starke Ermutigungen. Es gab auch einiges für Kinder, was unsere Diakonin gemacht hat. Höhepunkt war sicher das Dino-Camp im September. Eine Gemeinderadtour haben wir gemacht. Wir sind zusammen paddeln gegangen mit dem Technik- und dem Musikteam. Im September startete ein Chorprojekt mit ganz viel Rückenwind und neuen Leuten und auch unser Alpha-Glaubenskurs im Brauhaus 2.0 hat begonnen. Ein deutlich kleinerer Kurs, aber dafür umso intensiver. Ja, in ganz vielen Bereichen sind Mitarbeitende dazugekommen und das hat mich dann einfach wieder neu bewegt und ihr spürt vielleicht, was für ein Wunder da passiert ist. Die ganzen destruktiven Gedanken sind irgendwie weggedrängt worden. Dafür ist mein Inneres ausgefüllt worden von einem einzigen Gedanken. Wir durften erleben, dass unser Vater im Himmel tatsächlich barmherzig ist. Ja, das fiel mir wie Schuppen von den Augen. So fühlt sich Gottes Barmherzigkeit an. Er hat ein Herz für uns. Gerade in einem Jahr mit so viel Schwierigem und so viel Belastungen durften wir erleben, dass uns auch ganz viel Gutes geschenkt worden ist. Und das hat mich total froh und dankbar gemacht. Ein bisschen blöd ist es ja schon, dass diese Jahreslosung jetzt schon die alte Jahreslosung ist. Aber als Bibelwort, als Satz von Jesus ist es ja auch 2022 noch aktuell. Und das will ich mitnehmen in dieses neue Jahr noch viel mehr auf die Güte und Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters schauen. Ja, ich merke selber immer wieder, wie schnell mein Herz hart wird, wenn die Nerven blank liegen, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, wenn Belastungen kommen. Und ich habe am eigenen Leib erfahren, wie wunderbar es ist, wenn plötzlich die Barmherzigkeit und Liebe Gottes da hineinkommt. Wie mein hartes Herz weich wird und wie ich selber Mitgefühl und Verständnis aufbringen kann, wie ich barmherzig sein kann. So will ich in dieses neue Jahr gehen mit dem Blick auf den barmherzigen himmlischen Vater, mit dem Blick auf das, was er schenkt, mit dem Vertrauen, dass auch schwere und bittere Erfahrungen, wenn ich sie ihm hinlege, für uns zum Segen werden können. Das hört sich jetzt wahrscheinlich wieder so super fromm an. Wisst ihr, das bin ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin so ganz normal. Ich merke, wie ich schnell genervt bin, wie ich oft ganz ungeduldig werden kann und wie mir es schwerfällt zu vertrauen, wie schnell mein Herz hart werden kann. Umso wunderbarer empfinde ich eben solche Erlebnisse, wie das jetzt mit dieser Silvesterpredigt war. Nicht nur, dass es doch noch was geworden ist mit der Predigt, sondern dass ich ganz neu diese Barmherzigkeit Gottes entdecken durfte. Ja, erfahren durfte, ganz konkret und praktisch. Und so wird mich die alte Jahreslosung wahrscheinlich noch eine ganze Weile in 2022 begleiten. Vor allem in diesem zweiten Teil. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Bleibt gesund und behütet und im Frieden Gottes. Ich freue mich, wenn wir uns zu neuen Zuversichtgedanken wiedersehen. Am kommenden Mittwoch ist es soweit. Euer Siegfried Weber